Der französische Bildhauer Jean Arp wurde 1886 in Straßburg geboren. 1917 war er einer der Mitbegründer der Dada-Bewegung in der Schweiz, bevor er sich den Surrealisten in Paris anschloss. Von 1940 an arbeitete Arp in Basel, Ascona und Meudon. Sein Spätwerk umfasst hauptsächlich monumentale Skulpturen. Er starb in Basel 1966.